So Leute, ich bin's wieder, euer Brandy und ich hab's verkackt und zwar hat jetzt nämlich schon die nächste Videosequenz eingeschalten und ihr habt nichts verpasst, keine Sorge, es geht direkt weiter. Richtig gutes Deutsch. Als erstes wechseln den Ort wir mal. Geil. Na klar, erst mal ab-checkin' out. So, if you believe it, you can be somebody, you can be somebody, if you believe it. Ah, Naruto, 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 believe it. Das ist die beste Serie, das ist dieser Welt in the Village. So, ich könnte mir jetzt erstmal ein schönes Schlückchen Ölsäftchen und ihr könnt hier schön dezent die Anzeige hören. Wow. No idea there were these runes here. So, what kind of training is he going to do? He'll be fighting the Ninetales here. Fight the Ninetales? He doesn't have to do anything excessive, does he? Do you think you can achieve tail beast control without being excessive? What kind of training is he going to do? This is a sacred place. Yeah, absolutely. With all selected as Jinchuriki, have long come to undergo communication, Serapontist. But, what? Captain Yamato, I came here to gain control over the Ninetales power. I have to do this. I'm not running away. I'm told. Okay, first you need to speak with your tail beast. Go to that structure. Ah, that's Klärchen, Kbärchen. Mmh. Ah, Zucker. Okay, kann man hier irgendwas mitnehmen? Irgendwann nicht. Dieser Ort ist unglaublich. Das muss nur eine wahre Goldmine sein. So, jetzt kämpfen wir gegen Ninetales, oder was? Sprich, du Wicht. Was ist das? Du musst gehen, sitz down, close your eyes and focus, and then, you'll meet up with your tail beast. It's about time, you know? Naruto, are you sure about this? Wenn ich einmal gelobt habe, etwas zu tun, stehe ich niemals hinter meinem Mord zurück. Okay, jetzt gehen wir weiter. Wie geht's? Chapter 4. The birth of Naruto. Listen closely to my tail, yo. Naruto. What's sealing jutsu was used to seal the nine tails? What's sealing jutsu? Um... Eine Tetragram-Seal. Eine Tetragram-Seal, hm? Sehr beeindruckend. Viel mehr solid als meine eigene Stele-Seal-Seal. Also, Rettorin machte diese Seale. Aber wenn er nicht möglich zu kontrollieren, die Nine-Tales vollständig manifestiert wird, was dann? Du sie wegschraubst hier. Das ist das, was dieses Ort auch ist. Seale? In hier? Aber... Das wird nicht passieren. Ich versuche, dass ich zufrieden werde. Naruto. Okay, Zeit, um die Tür zu öffnen. Jetzt werde ich euch erzählen, wie wir mit den Nine-Tales sprechen. Naruto, du hast mich wirklich beeinflusst. Die Regeln sind wirklich einfach einfach. Du siehst? Und wenn du die Nine-Tales in deinem Kopf hast, schaffst du siehst. Du siehst. Und siehst du siehst. Wenn die Nine-Tales öffnen, fange die Chakra mit deinem Kopf und schaffst du siehst. Chakra kann nur über Chakra sein allein. That's so geht, dog! So? So still the nine tails chakra directly from right under his nose. A warning. There's a chance that your chakra might get pulled from you when you try to take his. And you know what happens when your entire chakra is taken from you and dropped to zero, right? No. Spooky glare as usual. Naruto, you... Where the real you go, I don't sense him. I'm right here. Right in front of your eyes. What are you plotting? Have you figured it out already? Oh, I see. You're taking control of my power. You're taking control of my power. You're taking control of my power. Yeah, I think so. Sonst würde ich ja nicht steuern. Würde ich das Ding nicht steuern, würde er ja auch nicht gewinnen, ist doch klar. Äh... Beginnen wir den Kampf. rav otteman. ãb little Questions of the soul walking through the transmem walls. Wait, what would I do if they gracefully re 아gr ponies him? Are you giving this to me opis Maxwell's mind? It's awesome. ... And it's panoramic. Good vuelta idea. It's hard to be doing what to do now. It's fun. Ultima-tive Entscheidung. Nee, nee. Wir machen das allein. Wir machen das mit mir. Auf dem Weg zu trainieren, du wirst du alleine gehen. Aber der Ausstattung von deinem Macht ist noch nicht bekannt. Okay. Keine Angst, dass du es ausprobieren kannst. Also, ich werde es einfach stehen. Ich gebe dir dir Tipps, stattdessen eine Hand. Ja! Ja, vielen Dank. Keine Probleme. Siempathieren mit deinem Gutsche. Ich bin ein schönes Mann. Good luck. Ja, dann komm mal her. Oh, richtig schön. Einer auf die Fresse bekommen. Mmmh. Ja, dann komm mal her. Ich mach mal dir mal den ersten Strich mal jetzt weg hier. Dann hat er mich einmal erwischt, zack. Was sind das für Attacken, bitte? Da war der erste Strich hier weg. Ja, der hat ganze viele hier, Wichser. Na dann. Das ist jetzt erst mal vermöbelt hier. Was macht der da jetzt? Jetzt gibt's hier wieder schön schnurstracks in dein Gesicht. Du bist jetzt meine. Du hast dich. Du hast dich. Du hast dich. Du hast dich. Du hast dich jetzt Ahmet gesagt. Jetzt spielt die Halt. tremere. Da cuz auch das ist. Du hast dich. Was ist so fast? Nicht fast, quitstile! Auf die Träger! All right! Now! Nicht gut. Nicht gut. Was ist das? Erst. Jetzt. Das war's nicht, dass ich mich nicht mehr interessiert habe. Ich kann mich nicht mehr kontrollieren. Ich bin nur ein klein und ein kurzer Teil von meinen Reaktion. Eine Nacht. Où geht es? Ich denke... Ich habe nur... Nein. Was? Nein. Du bleibst hier. Keine Ahnung. Wo bin ich? Huh? Wo bist du? Und warum du mein Name kennst? Natürlich. Na dann, warum kannst du nicht wissen, wie ich bin, Naruto? Nein. Nein. Hast du das? Du bist! Du bist der Name der 9-Tail! Das ist ein Schmerz. Sie versuchen, mich zu verabschieden? Du bist falsch. Wie? Nein! Oops. Sorry about that. Sheesh. That hurt, you know. You know. I was born impatient. I talk so fast, but sometimes weird things come out of my mouth, you know? I've been trying to stop, but when I get excited, I just say whatever I'm thinking. I hope you came out okay. Without any weird verbal quirks like me. Then... 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 Then my throat didn't say anything to you? Shame on you. That's right. I am the one. I... Wanted to meet you for so long, you know? Mom... Oh no. Huh? You really are, my child. I... Curse you. Keeping me bound like this, with your abominable chakra. Kushida! Huh? 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 Naruto... How have you met your father? Naruto? Dad? Dad? Dad has appeared and stopped the Ninetales during one of his ranges. I was really surprised when I saw him too. Boah, sorry, Leute, aber ich pack das hier nicht. Ich heule hier sonst weiter. Tut mir echt leid. Ich würde echt weiter gerne, also ich hätte es gerne auch nochmal gesehen, aber... I'll stop him. Uh, geh auf! Oh! Don't worry, we need Simon. I'll stop him. schnell! Get him! Ja, klar. Oh, diese Szene ist so traurig. Fuck, die hat mich so fertig gemacht. Na, jetzt hat er aber kommen. Letzter Strich und jetzt fick ihn doch. Fuck! 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 Don't worry, leave this to me. No, get him! Fuck! Don't worry, leave this to me. I'll stop him. No, get him! Come on, come on, come on! Fuck! 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 Du gehst! Du hast noch so viel Kraft? Wow, du bist wirklich großartig. Aber, sorry. This is the 6 Paths of War. Malto, you... Watch out! I promise I won't do long by you... So just hang in there for a little while. Du hast es getan, Naruto. Ja. Mama, was bist du? Jetzt kann ich mich endlich mitnehmen, Naruto. Aber bevor ich gehe, sind es ein paar Dinge, die ich dir erzähle. Über das Inzidenz, das vor 16 Jahren gab, als du geboren warst. Ja, muss ich auch überspringen, macht mich einfach total fertig so eine Szene und das tut mir echt wirklich leid, die Szenen werde ich euch nachreichen, aber das tut mir echt leid, das macht mich einfach nur fertig. Also, wie ihr seht, spielen wir gerade Kushina, die Schwangere, die anscheinend kurz davor ist, Naruto zu gebären oder zu bekommen oder wie auch immer ihr es wollt. Und wir sind wahrscheinlich jetzt, so wie oft in der Story, auf dem Weg zum Tor, also zu diesem, um dort dann in Richtung Höhle zu kommen. Und, ja. Ja, ich bin reisefertig. Ja, 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 du bist nervös, also es tut mir echt leid, diese Szenen werden euch natürlich nachgeliefert, sobald es geht. Äh, ja. Aber das... Tut mir echt leid, aber dieses Kapitel macht mich immer fertig. Auch in Folgen habe ich das gesehen, das kann ich einfach nicht anschauen. Also, es ist bestimmt genauso hier, auch wenn natürlich das Spiel immer anders aufgebaut ist, als wie die Serie, aber ich möchte das trotzdem nicht. Extrem viele Videosequenzen, wie ich sehe. Aber wir haben schon 20 Minuten Videomaterial, was ich jetzt überspringe. Aber das tut mir nochmal leid und... Funktioniert einfach nicht. Brutal, wie viele Videosequenzen es nur in diesem Kapitel sind. Das war dann wohl, wo Tobi oder Madara... Minato und Kushina überfallen haben. Und da ist halt der Kampf Nine Tails against Konoha. Lord Third. Da fragt er sich, ob er wieder den Minato... Also, ob der Minato den Fuchs mit sich teleportiert hat. Ja. Tut mir echt leid. Also, ich sag das, glaube ich, jetzt zum siebten Mal, aber ich möchte diese Szenen einfach nicht sehen. Die hatte ich einfach im Manga schon und die machen mich einfach fertig. Das ist bestimmt eine halbe Stunde sogar Videomaterial jetzt. Ohne Ende, ne? Brutal. Da verabschieden sie sich. Oh Gott, das kann ich mir nehmen. Ich speichere mal. Und... Ja... In dem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Hoffe ich mal. Chosen. 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 Vielen Dank.